Das Promi-Geflüster. Jetzt wird es langsam wieder zum ESC-Geflüster, denn der Eurovision Song Contest rückt immer näher. Am 3. März, da gibt es die deutsche Vorentscheid und zwar live in der ARD um 22.30 Uhr. Acht Kandidaten sind mit am Start. Die wurden von einer Fachjury ausgewählt und ein Kandidat, sozusagen so eine Art Wildcard, kommt noch dazu über die Bewerbung von TikTok. Da bin ich schon mal gespannt, wer da noch ins Rennen einsteigt. Die ersten Kandidaten sozusagen, eine Pop-Punk-Band, also zumindest wird es rockig. Das ganze Lonely Spring und zwei Vertreter, die beiden Zwillingsbrüder, die habe ich jetzt bei mir im Interview. Ich sage erstmal Hallo und herzlich willkommen. Hi, schön, dass wir dabei sein dürfen. Ja, sehr gerne. ESC, jetzt gleich mal an euch die Frage, was habt ihr für Berührungen mit dem ESC? Also ich glaube, dass grundsätzlich wahrscheinlich jede musikinteressierte Person in Deutschland wie auch Europa irgendwo, glaube ich, ist natürlich Berührungspunkte mit dem ESC hat. Man wächst ja so ein bisschen damit irgendwie auch auf. Also ich weiß, das erste Mal, wir haben immer ESC geguckt in der Familie, seit ich mich irgendwie erinnern kann. Und das war halt auch immer so ein bisschen so ein kleines Highlight, dass man halt zusammenkommt und alle das miteinander guckt. So ein bisschen wie halt, keine Ahnung, sowas wie Weltmeisterschaft im Fußball halt. Also das ist halt so ein Event und durch das, dass wir natürlich viel mehr musikbegeistert sind und auch immer schon waren, wie wir, also mehr als wie sportbegeistert sind, war das natürlich eher so unser Event. Und dass wir jetzt selbst mal irgendwie so in die Nähe davon kommen, von dem ganzen Ding, hätten wir uns natürlich jetzt als Kinder auch nicht erdäumen können. Aber umso cooler, dass wir jetzt irgendwie auch so mit am Start sind. Ganz genau. Also ich glaube, der Aufruf war ja im vergangenen Jahr, so im Herbst, da hat der NDR mal wieder einen großen Aufruf gestartet, dass sich die Musiker mit ihren Songs entsprechend bewerben können. Also das heißt, ihr schreibt eure Musik sozusagen selbst, Musik und Text komplett, oder? Ja, also wir arbeiten ganz normal mit Produzenten etc. Also natürlich ist es jetzt nicht komplett DIY. Aber genau, wir schreiben die Songs, die Texte und es kommt von uns, genau. Und dann wird es halt miteinander fertig gemacht, ja. Jetzt werden wir mal ganz kurz euren Titel dahernehmen. Um was geht es denn? Ich habe es jetzt so ganz grob gelesen, sind einfach auch, glaube ich, so ein Thema Außenseiter ist, da kommt irgendwas mit so drin vor, ganz grob, oder? Liege ich da richtig? Genau. Also ganz grob stimmt es auf jeden Fall. Also Außenseiter und es geht halt einfach, im Endeffekt, wenn man es so zusammenfasst, um alle Personen, die irgendwie in gesellschaftliche Konstrukte, wie auch irgendwo anders, also sich so fühlen, als würden sie nicht akzeptiert werden, nicht reinpassen. Und es geht so ein bisschen, also die Message dahinter ist, diese Akzeptanz von anzutreiben, dass es wichtiger ist, sich selber so zu lieben, wie man ist, also wie man wirklich ist, wie sich für andere zu verändern oder sich irgendwie umzustellen, dass man halt irgendwo reinpasst. Und das haben wir, glaube ich, in unserer Vergangenheit ganz, ganz oft auch wirklich selber gemacht, dass man sich für andere verändert hat, dass man dazugehören wollte und dann immer wieder gemerkt hat, das ist es nicht, irgendwie fühle ich mich so falsch und egal in welche Richtung es jetzt irgendwie geht, es ist halt irgendwie wichtig, dass man so ist, wie man wirklich ist und ob das dann andere Leute akzeptieren oder nicht. Also ob das jetzt irgendwie, keine Ahnung, Gender Identity ist, alles Mögliche, was in diese Dichtung geht, aber ja, grundsätzlich einfach, genau. Ist das so grundsätzlich gerade ein Problem in der aktuellen Zeit oder kommt das da verstärkt vor? Wie kriegt ihr das so mit, auch gerade aus eurer Jugendzeit? Also ich glaube, dieses Problem, was dahinter steckt, dass es, also Schulzeit ja schon richtig gemeint, das geht jetzt nicht in eine spezielle Richtung, sondern es kann ja ganz verschiedene Arten und Weisen geben, warum man sich nicht zugehörig fühlt. Und ich meine, dieses, also dieses Konstrukt hat es ja irgendwie schon immer gegeben und das hatten auch wir damals in unserer Jugend und das ist aber schon, muss man sagen, oder wird immer besser. Also gerade, wenn wir uns an unsere Schulzeit zurückerinnern, war das noch viel, viel schlimmer, ja. Viel schlimmer und wo wir damals auch, also da war es wirklich noch so, dass irgendwie Schwul oder sowas als Beleidigung genutzt wurde und wir das auch einfach, also wir waren da wirklich eher die Freaks, die dann zum Beispiel argumentiert haben, dass das ja alles Quatsch ist, aber das war halt irgendwie relativ gang, gäbe und salonfähig und das wird immer mehr in die Richtung, also da entwickelt sich die Welt immer mehr in die Richtung. Es war halt auch früher so, dass zum Beispiel, also ein konkretes Beispiel zu nennen, also bei uns in der, also in der Schulzeit war es auch so, keine Ahnung, da war es halt schon total, wir sind ja auch so ein bisschen vom Land, das hört man ja auch so ein bisschen und da war es halt auch total absurd und halt nicht gern gesehen, wenn man als männliche Person, wenn man da lackierte Fingernägel oder sowas legt und so, keine Ahnung, wie sie man schon meinte, es war halt einfach die, ich würde sagen, die ganze Gesellschaft war definitiv viel weniger aufgeklärt, als es heute ist. Es ist natürlich immer noch ein weiter Weg, bis es alles, sag ich mal, so ist, wie es wirklich sein sollte, aber ich glaube, man entwickelt sich schon in eine ganz gute Dichtung. Ja, also es gibt auf jeden Fall noch einiges zu tun und es wird auch so schnell nicht aufhören, also es ist auch kein Ziel, was man jetzt irgendwie morgen oder übermorgen erreicht, denke ich, da wird es noch ein langer Weg und Prozess dahin, aber man merkt auf jeden Fall, dass sich was verändert und man merkt auch, und das ist super schön, dass die Community dahinter immer größer und stärker wird und lauter wird und deswegen, gerade wenn es Missstände gibt, die halt so nicht der Fall sein sollen, wie es halt zum Beispiel früher in unserer Jugend relativ normal war und da viel zu wenig Leute was dagegen gesagt haben, ist es heutzutage so, dass quasi die, dass da immer mehr dagegen aufstehen und sich quasi erheben und das ist auf jeden Fall besser geworden. Ja, sehr schön, also auf alle Fälle tut sich was und das ist sehr gut so, ganz genau. Ja, ihr seid, du hast es ja gerade erwähnt, ein bisschen in der ländlichen Gegend zu Hause, also genauer gesagt eigentlich in Passau, wer es kennt, die Dreiflüsse-Stadt, gell, wenn wir ein bisschen hier auch kulturell reinbringen, genau. Klar, wenn man natürlich jetzt in München oder so wohnen würde, ich glaube, da wäre das völlig ganz anders, ne? Ja, klar, also ich glaube, je städtischer, dass es wird, ich glaube, desto, also haben wir ja selber auch so mitbekommen, auch gerade was irgendwie Berlin angeht, etc., also wo wir auch oft sind zu Recording-Zwecken, ich glaube, je größer die Stadt ist, desto aufklärter sind auch grundsätzlich die, desto aufgeklärt sind grundsätzlich die Leute und so weiter und ich glaube, dass es wahrscheinlich auch in München natürlich, dass es noch viel toleranter irgendwie ist, wie jetzt, ja, wie jetzt so am Land, aber ich glaube, ich glaube auch da, ich glaube, ich glaube auch da ist es so, dass es auch immer besser wird und ich meine, klar, wenn man sich, also wir kommen ja eigentlich aus einem, ja, Dorf, sollen wir jetzt nicht sagen, es ist schon ein kleines Städtchen, also wo wir aufgewachsen sind, war ich so 30 Kilometer von Passa weg und genau und das ist natürlich auch jetzt noch, ich sage mal so, es ist ein bisschen weniger aufgeklärt, wie jetzt zum Beispiel in den größeren Städten, es geht aber auch da, jetzt merkt man auch so immer mehr voran, dass plötzlich Dinge eigentlich die Akzeptanz bekommen, die sie verdienen, aber wie gesagt, es ist überall noch auf jeden Fall ein langer Weg. Okay, kommen wir zur Musik, genau, seit circa, ja, im Alter von 13 Jahren habt ihr begonnen, wie lange liegt das schon wieder zurück? Also wir sind tatsächlich gestern, wir sind gestern 26 geworden, deswegen 13 Jahre und ich weiß auch gar nicht, ob wir wirklich im Alter von 13 mit dem Musikspielen begonnen haben oder ob es einfach so ein bisschen vorher auch war, wir haben es schon eigentlich seit der dritten Klasse irgendwie. Ja, also ich habe neulich mal wieder darüber nachgedacht, was eigentlich wann passiert ist und also so angefangen wir beide mit damals irgendwie so Konzertgitarre, Akustogitarre war irgendwie mit acht oder neun und wir haben tatsächlich, darf ich mich daran erinnern, wir haben tatsächlich unseren ersten Song zusammengeschrieben mit elf. Der war natürlich nicht gut, aber auch fair, muss man sagen, weil es war mit elf der erste Song und dann war es halt so, dass wir mit 13 dann unseren Gitarristen im Mann, Manu halt getroffen haben, beziehungsweise ein bisschen davor, wir haben uns in der fünften Klasse kennengelernt und dann, aber mit 13 haben wir quasi die Band Lonely Spring, also wir drei schon mal zumindest, so ein bisschen gestartet und dann, unser Drummer kam dann dazu, als wir 16, 17 waren, aber da, das Ding ist so 13 roundabout, da wo es halt dann wirklich so Richtung Band und wir wollen jetzt wirklich auch als Band in die professionelle Richtung irgendwann gehen, das war dann da wirklich so der erste Step, denke ich. Und ihr seid jetzt so die Vierergruppe sozusagen, also das Quartett, immer noch so von Anbeginn zusammen, oder? Ja, quasi, also wir haben der Manu, also unser Gitarrist, ist so eigentlich mein bester Kumpel seit der fünften Klasse oder so und wir sind ja Zwillinge, dementsprechend kennen wir uns noch länger und wir haben irgendwie auch in der fünften Klasse miteinander angefangen, Musik zu machen, auch so in dieser Dreikonstellation und damals dann noch mit einem anderen Drummer, das war ja so Schülerband mäßig, ganz klassisch und dann ging es eigentlich weiter, bis wir so 17 waren oder 16, irgendwie sowas und dann ist quasi der Matthias, also der Matzen, unser jetziger Drummer dazu gestoßen und dann war eigentlich der Schritt zur, oder zur Professionalität im Sinne von, da war dann der Step, wo wir gesagt haben, hey, wir hätten total Bock, das wirklich, oder es wäre so ein bisschen unser Traum, das wirklich in eine Richtung zu schieben, dass wir das beruflich machen in irgendeinem Sinne und dass wir da wirklich den Weg anschlagen, hey, wir wollen Musiker werden und das war dann in dieser Viererkonstellation und da sind wir auch seitdem so unterwegs. Also das war quasi, das sind Leute, glaube ich, immer ein bisschen verwirrt, ich habe auch schon ein paar Instagram-Nachrichten dazu gelesen, dass die Leute jetzt nicht genau wissen, wann Lonely Spring eigentlich losging und es ist nämlich tatsächlich so, 2014 ist es bei uns immer, das ist offizielle Gründungsdaten, was wir angeben, weil das war dieser Moment, wo wir quasi die Band quasi neu erfunden haben, beziehungsweise halt ab da gesagt haben mit dem Matzen zusammen, wir haben uns immer noch Drummer, das ist jetzt wirklich der Weg, den wir gehen und wir hatten den Namen aber quasi, seit wir 13 sind schon, also wir haben damals mit unserem Gitarristen zusammen mit dem anderen Drummer schon den Namen getragen und auch schon ein paar Konzerte gespielt, deswegen tauchte ab und zu mal irgendwo auf, was quasi vor 2014 ist, dass die Leute immer ein bisschen verwirrt, aber das war quasi, könnte man sagen, so ein bisschen die Findungsphase, da hatten wir schon einen Namen, aber dann 2014 war wirklich so, wo wir Lonely Spring jetzt auf Series gemacht haben, könnte man sagen. Alles klar, sehr gut. Ja, und wann kam die Idee auf, zu sagen, ja, wir bewerben uns jetzt mal beim ESC? Die Idee kam tatsächlich eigentlich von dieser ganzen TikTok-Geschichte, also es war im Endeffekt so, die haben ja diesen Hashtag geöffnet, unser Lied für Liverpool und dann habe ich mehrere Nachrichten bekommen, auch unter anderem von unserem, also ich mache ja so ein bisschen den TikTok-Channel bei uns, auch von unserem Gitarristen und unserem Drummer, die haben mir beide quasi das Video geschickt, man kann sich jetzt über TikTok bewerben für unser Lied für Liverpool, mit dem Hashtag kann man sich für den ESC-Office bewerben und dann dachte ich mir so, erst hat mich so ein paar nicht drüber geschlafen, dachte ich mir so, ach komm, schauen wir halt einfach mal, was so passiert und dann habe ich es eigentlich so mehr oder weniger aus, ja jetzt nicht aus Spaß, schon so mit der gewissen Ernsthaftigkeit, aber einfach mal so, ja, let's try so ein bisschen, aber halt nicht, ich bin halt nicht davon ausgegangen, dass es wirklich so weit, wie wir jetzt auch gekommen sind, kommt, also keine Ahnung, ich habe es mir natürlich gewünscht, aber es war erstmal so, okay, ich mache jetzt einfach so ein TikTok und ich habe mir in dem TikTok dann geschrieben, wenn wir auf dieses Video 10.000 Likes bekommen, dann lässt uns, unser Manager lässt uns dann beim ESC bewerben und dementsprechend, so habe ich das gepostet und dachte mir eigentlich nicht so viel dabei und dann habe ich zwei Tage später, hatte das Video dann 35.000 Likes statt 10.000 Likes und dann war es erstens so, dass ich mir dachte, okay, jetzt kommen wir sowieso nicht mehr aus, jetzt müssen wir uns wirklich so richtig bewerben und weil das wäre ja auch weck, wenn man sagen würde, hey, das wäre ja dann nur ein Marketing-Gag gewesen und so war es ja auch nicht gemeint, deswegen, ja, dann haben wir es gedacht, hey, auch weil der ganze Zuspruch kam, hey, so viele Leute und auch so viele Kommentare und die würden das wirklich feiern, wenn wir uns dort bewerben würden und dann durch diesen ganzen Online-Zuspruch über diese Plattform TikTok eben, haben wir uns dann gedacht, ja komm, lass, also wir sollten uns wirklich dort bewerben und das habe ich dann auch gemacht, ich habe dann die Bewerbung ein paar Tage später eingereicht und haben mir immer noch nicht so viel dabei gedacht, dachte immer so, ja, okay, es wäre schon sau nice, aber irgendwie, okay, also kommen wir da jetzt wirklich hin, sind wir jetzt da wirklich die Allerbesten? Also ich hoffe natürlich und ich mag unsere Musik sehr gerne, ja, aber ich weiß ja, man kennt ja die Konkurrenz immer nicht, genau und dann bekamen wir irgendwann den Anruf und dann dachten, waren wir natürlich, ja, total, total außer und dann haben wir uns mega gefreut und jetzt sind wir offiziell im Vorentscheid dabei und das eigentlich nur aus dieser, eigentlich nur, weil ich dieses Video gepostet habe, das war so der Anfang, das war so der Ursprung von allem. Ja, letztes Jahr gab es ja durchaus auch ein bisschen Wirbel, kann man sagen, also die ESC-Fans oder die Fan-Clubs und so weiter vom ESC, die waren ja mit der Auswahl ja gar nicht wirklich zufrieden, die hätten sich ja ganz was anderes reingewünscht. Wie seht ihr, gibt es dieses Jahr bessere Chancen? Also ich glaube, wir haben auf jeden Fall über diese Online-Plattformen, also wenn man da beim ESC in den Vorentscheid kommt, wenn man jetzt, wir sind ja in diese Bubble, ob wir wollen oder nicht, jetzt einfach reingerutscht, was wir aber auch feiern und wir haben natürlich über die ganzen Online-Foren auch so jetzt ein bisschen mitbekommen, eben dass da in den letzten Jahren, dass die alle sehr unzufrieden waren und grundsätzlich war es bei mir schon auch so, dass sie jetzt die letzten Jahre, was Deutschland so angeboten hat, es war jetzt immer nicht, also ich will es da gar nicht schlecht sagen, es waren ja immer sehr, sehr gute KünstlerInnen, aber es war jetzt auch nicht so meins und es war mir immer so ein bisschen zu, also ich soll mal sagen, also ich hätte es mir immer so ein bisschen mehr besonders gewünscht, das klingt jetzt irgendwie doof, weil ich will jetzt da keinen drunter spielen, wie gesagt, das waren alles tolle Songs und was wir auch mitbekommen, eben online von dem ganzen Feedback auch und was wir, glaube ich, auch genauso sehen, also zumindest bei mir ist es so, dass diese Auswahl, die der in der ER dieses Jahr aufgestellt hat, sehr divers ist und wirklich sehr viel dabei ist und auch so rockmäßig, zum Beispiel, das wäre ja auch so ein Punkt, wir hätten uns gar nicht vorstellen können, uns die letzten Jahre zu bewerben als Rockband, weil wir uns eben gedacht hätten, da haben wir eh keine Shows und jetzt sind wir mit Lord of the Lost und uns sogar, also Lord of the Lost ist ja auch nochmal viel härter als wir und die sind dabei, wir sind dabei und ich meine, mal schauen, wie das TikTok-Voting ausgeht, vielleicht kommen wir von Fall to Spring auch noch mit rein, wenn nicht, dann halt nicht, aber trotzdem ist es halt nice, dass überhaupt so Bands dieser Schiene, dieser Lige so weit kommen. Also es ist halt, es ist halt einfach ein breit gefächertes Angebot und ich glaube, das ist halt total wichtig, dass man halt zumindest die Chance gibt, dass verschiedene Genres, verschiedene Arten von Artists dort irgendwie eine Plattform haben und also ich finde an sich so das, wofür Deutschland immer ein bisschen gerügt wurde in der Vergangenheit war, dass es halt sehr typische Popsongs sind und immer sehr ähnlich, also von der Richtung her und ich finde zum Beispiel auch, also es waren ja nie schlechte Songs zum Beispiel, ich fand auch den Song von Malik Harris letztes Jahr eigentlich an sich ein guter Song, das ist ein cooler Song, aber ich verstehe auch ein bisschen, dass manche halt sagen, es ist halt zu wenig gewagt, weil das ist so ein geiler Song an sich, aber es ist natürlich jetzt kein total gewagter Song, was jetzt irgendwie gerade international von Deutschland überrascht und es sind ja zwar auch ein paar Popsongs dabei, die relativ typisch sind, aber dass man zumindest mal Deutschland die Chance gibt, auch was anderes zum ESC hinzuschicken, das ist halt glaube ich schon ein krasser Step, der von der Community auch gewertschätzt wird. Ja, ich denke mal, vielleicht gibt es da dieses Jahr durchaus eher eine Chancen, hoffen wir es mal, ne? Ja, ich hoffe und ich glaube... Vielleicht mit euch, warum denn nicht? Wir würden uns freuen. Wo seid ihr denn sonst so anzutreffen? Ich sage mal, wenn jetzt der Sieg jetzt nicht für euch zustande kommt, sondern, wenn es jetzt dann nochmal weitergeht, was habt ihr dann sonst so für das Jahr 2023 in Planung? Also wir haben relativ viel in Planung tatsächlich, also es werden so oder so ein vielbeschäftigtes Jahr, weil natürlich würden wir uns mega wünschen, zum ESC fahren zu dürfen, das wäre natürlich mega nice, aber so oder so wird es auf jeden Fall, haben wir viel in Planung und wir gehen auf jeden Fall relativ bald auch, werden wir dann auf Tour gehen, also ob wir jetzt zum ESC fahren oder nicht, das wird trotzdem passieren, also halt dann danach und da werden wir die Tour dann wahrscheinlich relativ bald bekannt geben und da werden wir also deutsche Städte und ich glaube auch ein Date in Österreich haben wir und ansonsten gibt es relativ viele neue Songs. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen noch, der aktuelle Plan ist, zwei Songs zu leasen, vielleicht wird es nur einer, es ist gerade so ein bisschen viel zu tun, deswegen muss man gucken, wie schnell man da hinterher kommt, aber grundsätzlich kommen auch neue Songs und im Mai kommt dann auch eine neue EP und dann werden auch das Jahr über ganz, ganz viele Singles kommen, die dann zu einem Album führen werden, das dann wahrscheinlich erst nächstes Jahr kommt, also erst im Januar oder so, aber es gibt quasi ständig neuen Lonely Spring Content sozusagen. Kommt natürlich jetzt glaube ich auch ein bisschen darauf an, wie es halt jetzt läuft. Ja genau. Das ist natürlich ein großer Einfluss darauf, wie wir die Strategie machen sonst. Genau. Wo findet man denn noch ein bisschen mehr Infos über euch, gerade so Social Media, Homepage etc. Was steht an? Also grundsätzlich so unsere Hauptplattformen sind eigentlich Instagram und TikTok. Facebook haben wir natürlich auch, also da kann man uns auch folgen, da sind auch immer alle Informationen, also Facebook ist so ein Fach, von dem wir halt vor allem bedienen, um, sag ich mal, ja eher so informativ, also wir posten alles, dass jeder halt das mitbekommt, was jetzt eben das neue Singles, Tourdaten etc. angeht. Instagram nutzen wir halt ein bisschen exzessiver sozusagen und TikTok ist eigentlich die Plattform, bei der wir, die wir am meisten nutzen einfach und wo ist ganz, ganz viel Content in jeder Hinsicht, ob das jetzt Tourdaten, ob das irgendwie Musikvideos sind, also Videos, die Musik betreffend tun oder auch einfach irgendein lustiger Stuff und so. Da muss man halt sehr kreativ sein, ne? Ja, das stimmt, aber es macht ja auch Spaß und gerade bei so einer Plattform wie TikTok macht es uns halt irgendwie Spaß, dass man sich als Band halt irgendwie einfach ausleben kann und dass man halt auch direkt bei den Fans ist. Also dass es da nicht irgendwie so diesen langen Weg dazwischen gibt, sondern dass man irgendwie so direkt einen Kontakt hat und sich dann auch in den Kommentaren austauschen kann oder was weiß ich. Das ist immer ganz nice. Wunderbar. Und eine Homepage gibt es theoretisch auch, aber ich glaube, die ist eher so. Was gibt? Achso, Homepage, ja. Die ist jetzt einfach so, einfach nochmal alles zusammengefasst. Das Klassische sozusagen, ne? Ja, genau. Ich bin jetzt gerade hier mal drauf auf eurem Instagram und gehe mal hier gleich auf Folgen. Perfekt. Danke. Hoffe, hoffe, das kommt ein Gegen-Follow. Ja, sehr gerne, ja. Wunderbar. Ja, gut, wie gesagt, ich muss ja hier immer ein bisschen neutral bleiben, aber ich drücke euch trotzdem die Daumen und sag mal, grüßt die Kollegen noch, recht schön. Wir haben euch jetzt ein bisschen kennengelernt und ich hoffe, wie gesagt, wenn es nachher dann mal vorbei ist, das Ganze, dass wir uns vielleicht irgendwo auch mal live begegnen. Wer weiß. Ja, voll gern. In diesem Sinne, wie gesagt, euch alles Gute für den 3. März erst mal und dann sage ich mal, macht's gut und viel Erfolg. Danke. 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 H fungus. Danke. Vielen Dank.